Herzlich Willkommen in meinem Reich, im Autohaus Kilian in Nürnberg. Wer ich bin? Guck mal hier unten. Mein Name ist Rango und ich bin der Hüter unseres Hauses. Lust auf eine Führung durch mein Reich? Dann los! Bei uns warten tolle Neu- und Gebrauchtwagen und auch Oldtimer und Wohnmobile auf einen neuen Besitzer. Und das Beste? Ihr bekommt 8 Jahre Garantie. Wahnsinn! Das sind 56 Hundejahre. Kommt einfach zu Besuch. Gemeinsam finden wir das perfekte Auto für euch. Und wenn ihr glücklich seid, dann habe ich meine Mission erfüllt. In unserer super ausgestatteten Werkstatt werden eure Fahrzeuge wieder fit für die Straße gemacht. Natürlich kontrolliert der Chef höchstpersönlich. Auch um eure Wohnmobile und Wohnwagen kommen wir uns liebevoll. Und weiter geht's. Im Reifenlager ist viel Platz für Reifen, aber vor allem auch zum Rennen. In der Lackierkabine sorgen alle meine Kollegen dafür, dass das Fell eurer Fahrzeuge wieder schön glänzt. Auch eure Oldtimer und Unfallwagen sind bei uns in guten Pfoten. Ich lasse mich jetzt noch etwas knuddeln und freue mich schon auf euren Besuch. Ich lasse mich jetzt noch. Ich lasse mich jetzt noch. Ich lasse mich jetzt schon mal für Tuesday.